Vahres Und Syldra Das sieht mir nach Bosskampf aus Das Problem ist ich glaub wir sind, also ich hab keine Wasserresistenz Hahaha Jetzt ist es toll aber ich habe eine idee was ich mache ich habe eine ganz tolle idee was ich mache und zwar und ich werde es Und er ist so klein und eigentlich so süß, aber scheiße habe ich Gänsehaut. Geil. Sora? Dann kriegt er das Licht. Nein, ich bin Sora. Na komm. Ich bin Sora. Krass. Geh. Nicht gut. Wow, was? Was? Müsst du dich verarschen? Krass. Ich hab mich voll auseinandergenommen. Ja. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! Was ist das? Was ist das für ein Teil des Zutaten? Na,教' mir! Komm' mir! Ich bin der Kater! Toll, ich war tot! Und ich hätte mir diese Fähigkeiten echt sparen können! Die Erlöser-Fähigkeiten, das ist echt kacke! Aha! Oh, ich hab' sie voll! Ah, dann würde ich den Krieger als Lichts mal sehen! Und ich habe die Eregun, die für mich von Kater. Was ist das für ein Teil des Zutaten? Ich hab' sie vollends das. Volltreffer, batzen. Ja, also, äh, Sephiroth ist mit Abstand der coolste, also, äh, äh, gibt's glaub ich keine Diskussion, was die Beschwörung angeht, äh, rolle an die Waldfee. Uh, Recher. Du Sau. Nehmen wir erstmal hier Gegenstände, dann Haushalter, dann Härtigkeiten. Ups, nein, nein, ah, Mieter. Dann überholen wir den und dann machen wir den hier. Volltreffer. Dann machen wir den hier, dann machen wir den hier, dann den hier, dann den hier. Na, hab nix gebracht, okay, greif mal den erstmal normal an. Ist ein bisschen spannender zu machen. Was? Fett. Das ist wirklich so, ne, Siham. Wie ist das? ... ... ... Ich dachte, ich dachte, dass ich so ein paar Sachen hatte. Ah, was ich da? Hatte ich mich gefragt, dass ich den Weg in der Flanke auf dem Flanke habe? Was ich nicht so? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe einen Sprach zu聞fen. Da ist es. Und... Und ich habe mich nicht wissen, dass ich den Flanke auf dem Flanke habe, ... und ich habe mich überrascht. Was? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es in der Bibliothekse gibt. Was ist das? Hey, Magu! Du hast du Bibliothek geschrieben, oder? Kupo! Ich habe ihn gesagt, Kupo! Ich glaube, dass die Kälte von der Kälte die vier Kälte eröffnet wurden, und sie fielen nach dem Kälte der Kälte, und sie fielen auf den Kälte. Was ist das Kälte? Was ist das Kälte? Wo ist das Kälte? Was weiß ich nur noch ein Kälte? Was weiß ich nur noch ein Kälte? Ich glaube, das erste Kugeln ist, dass ich das Kugeln in den Händen habe. Was ist das Kugeln? Wenn es Kugeln ist, ist es Kugeln in den Händen des Händen des Händen. Das ist Kugeln in der Händen des Händen des Händen. Ich glaube, es ist Kugeln. Hm? Chocolat hat neue Gegenstände im Auerboot. Ja, ich möchte speichern. Yes! Yes, 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 yes! Okay. 9. Ge-Kai-Watari Ihr, Frau, kannst du in den Händen des 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 Händen? truthfully, dass sich die Händen nicht informiert und nicht weiss, was es gut passiert... aber es ist nicht so, es gibt andere Dinge. Well, es ist jetzt nicht möglich. Oh, was das? Ich weiß nicht, Kupo! Ich weiß nicht, Kupo! Was ist das? Was ist das? Das? Ich wurdeeИ Ich option barke. Ich bin der Fall, wenn ich das Flugzeuge habe, was ich nicht so gut? Wenn ich das Flugzeuge habe, wenn ich das Flugzeuge habe, dann muss ich es nicht so gut, wenn ich das Flugzeuge habe. Ich glaube, dass ich das Flugzeuge habe. Wieso? Was ist das Flugzeuge? Ich habe mich hier ein wenig zu tun, weil ich den Flugzeuge habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt. Wir machen uns direkt auf den Weg, hallo? 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 Ja, wir sind bereit. Falls ihr überlebt, das sind ja rosige Aussichten. Weil wir so quasi einen einfacheren Weg haben können. Ist das nicht eher ein U-Boot? Das ist ein normales Buch. Das ist sehr optimistisch, die Frau. War auch gut, dass du einfach so ein Schiffgeschenk kriegst. Ich bin echt ein Schiff. Ich bin echt ein Schiff. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Aber ich bin echt glücklich. Warum haben wir so viele Sachen gesagt? Was das? Ich bin echt glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin echt glücklich. Warum? Blau. 不 Nea-chan, irgendwie habe ich nichts gemerkt. Oh! Und Dama freut sich. Geil. Ja, nachdem ich so halb in den Tod gestürzt bin, möchte ich bitte speichern. Das ist ungewohnt, dass diese Anime-Passagen drin sind, aber ich finde es nicht unbedingt schlecht, dass mal ein bisschen Abwechslung, obwohl ich das Computer-Animierte doch schöner finde. Wir sollten uns ein wenig umziehen. Geil. Hey! Kann ich euch fangen? Wenn ja, will ich euch fangen. Lass dich fangen. Lass dich fangen. Lass dich fangen. Verwende Wasser-Attacken. Äh, hab ich nicht. Oder? Blitz? Feuer? Glaub ich nicht. Toll, jetzt hätte ich gerne eine Wasser-Attacken. Jetzt sofort. So, Fertigkeiten. Bieter. Kannst du mir gerade ein Fuchsfeuer werfen? Ne, hab ich nicht. Schade. Ich hab auch, glaub ich, gerade keine Mirage dabei, die das kann. Ne. Doch, diesen Fisch hab ich dabei. Ein Hai, meine ich. Find ich der theoretisch? Ach, hab ich nicht geguckt, ob ich ihn wirklich dabei hab. Naja. Aber theoretisch müsste er das können. In der Theorie zumindest. Ich schade, dass ich mir auch immer schlimmer. Es gibt auch, dass ich mich nur irritiert habe. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch... Okay, mach ich. Dann, komm. Dann, komm. Dann, komm. Na, was du? Dann, komm. Dann, wir fangen jetzt zu. Dann, wir fangen. Dann, wir fangen. Boah, den will ich haben, ey. Geil. Brauch ich mich nicht mal klein machen. Ja. Ich will jetzt einen Moment für den Weg, dass ich das und den Weg, dass ich das und den Weg, dass ich das und den Weg, dass ich das Aber bevor es weitergeht, werde ich jetzt na... Oh! Ich will ihn streicheln. Ich will zu ihm. Geht leider nicht. Dann werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Weil ich jetzt schon fast drei Stunden am Stück aufnehme und gleich Besuch kommt in einer halben Stunde. Da gibt's endlich Pizza! 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 Auf jeden Fall mach ich jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns in den nächsten Folgen von World of Final Fantasy. Boah, achteinhalb Stunden. Ne, da haben wir heute ganz schön was runtergerissen. Ne, geil. Freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe ihr auch. Bis dann!